Ich bitte die internationalen Medien, sich doch einmal unser Parteiprogramm anzusehen. Es ist auch in englischer Sprache abrufbar. Und dieses Programm zum Beispiel zu vergleichen mit einem Programm, nehmen wir gar nicht der Republikaner her, mit den Demokraten in den USA. Und Sie werden ganz klar sehen, dass die FPÖ nicht rechts von den Demokraten steht, sondern links, wenn man sich das Programm ansieht. Und noch einmal eine Partei, die rechtsextrem wäre, hätte in Österreich keine 2% der Stimmen erreicht. Wir haben 50% erreicht durch eine vernünftige Linie, aber auch durch klare Antworten. Ich mag dieses Politsprech nicht, wo man dauernd um Probleme herumredet, nur weil man alle Menschen ansprechen will und sagt, ich muss irgendwie für jeden etwas haben und dort muss ich ein bisschen links sein und dort ein bisschen rechts und da ein bisschen oben und dann unten und dann Wirtschaftsliberal und dann will ich wieder verstaatlich. Nein, man muss wirklich seinen Weg konsequent gehen, damit die Menschen wissen, woran sie sind und damit sie auch das Vertrauen haben, dass das, was vor einer Wahl gesagt worden ist, auch nach einer Wahl gilt. Ich möchte mich nicht nur bei Heinz-Christian Strache bedanken für seine großartige Unterstützung, sondern auch bei Herbert Kickl, meinem Wahlkampfleiter und beim lieben Martin Klier, wobei mich besonders betroffen hat ein Abkommen, das wir hatten, eine Wette nämlich zwischen uns. Martin Klier hat gesagt, wenn ich diese Wahl gewinne, lässt er sich die Haare schwarz färben. Und deswegen bin ich so besonders enttäuscht, weil das hätte ich wirklich gern gesehen, wie er aussieht. Aber man kann es ja auf Photoshop einmal versuchen und schauen, wie das gestaltet sein wird. Also auch danke an die gesamte FPÖ, die Ortsgruppen haben toll gearbeitet, die Bezirksgruppen, die Landesgruppen. Es war eine irrsinnige Begeisterung dabei und diese Begeisterung nehmen wir mit in die künftige Arbeit. Und ich möchte mich auch bei Ihnen, bei den Vertretern der Medien, herzlich bedanken für ihr großes Interesse, für die Berichterstattung. Ich freue mich sehr auf eine zukünftige positive Zusammenarbeit. Alles Gute. Vielen Dank.